moin leute was geht hier ist der geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen glich zeigen bei dem neuen call of duty vanguard und zwar ist das ein team gott mode pilot glitsch also ihr kriegt gar kein damage hier und ihr könnt das auch wirklich mit allen leuten machen und ich zeige euch jetzt wie das geht und zwar muss sich einer an irgendeine ecke stellen leute und sich duckeln und ihr müsst einfach in ihnen rein laufen sozusagen in euren kumpel rein glitschen und wenn ihr dann in ihm drinnen seid dann werden sich alle zombies vor euch versammeln und euch nicht angreifen ihr kriegt gar keinen schaden und können so in high rounds gehen leute das einzige wodurch ihr schaden bekommt sind zum beispiel durch zombies die explodieren ihr kriegt dadurch auf jeden fall schaden weil sie dann in die luft liegen und ja ihr kriegt dann explosiv schaden dadurch ansonsten versammeln sich die ganzen zombies vor euch und das war's dann auch schon diesen glitsch könnt ihr wirklich überall machen an jede ecke hauptsache euer kollege duckt sich und ihr geht in ihm rein und das war's dann so ich hoffe ich habe das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und falls nichts mehr verpassen wollt dann lasst ein abo oder aktiviert die glocke um immer auf den neuesten start zu bleiben ansonsten ciao und bis zum nächsten mal